Zwischen all dem royalen Glanz und Glamour gibt es ein Königshaus, das immer wieder durch seine natürliche Lässigkeit besticht. Norwegens Kronprinzenpaar zeigt sich gerne mal in Sneakers und tritt stets ganz entspannt auf. Und auch die neuesten Bilder von Harkon, Mette Marit und den zwei Kindern sind so gar nicht typisch für royale Familienporträts. Beim Sommershooting in Kristiansand strahlen uns die vier aus idyllischer Felsenlandschaft entgegen. Die Bilder mit luftigen, hellen Outfits verbreiten sofort Urlaubsflair. Ingrid Alexandra turnt in ihrem Hippie-Kleidchen sogar barfuß über die steinigen Klippen. Noch lässiger wirkt die 15-Jährige dann auf diesen Porträts mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder. Auf einer Matratze liegt sie, umringt von gemütlichen Stoffkissen, im Arm von Svere Magnus. So viel Harmonie unter Geschwistern ist nicht immer selbstverständlich, doch diese zwei scheinen sich wirklich blendend zu verstehen und zeigen das gerne der ganzen Welt. Da strahlen auch die stolzen Eltern fast schon um die Wette und kuscheln sich zu ihrem Nachwuchs. Diese Eindrücke vom Landsitz der Familie sind doch wirklich zum Träumen schön. Da strahlen auch die Wette und kuscheln. Da strahlen auch die Wette und kuscheln. Es gibt was die Wette und kuscheln, die Wette und kuscheln, die von Traumscheln datasetigeln treffen. уш